Willkommen zu einer weiteren Folge des All-Day-All-It-Podcasts und heute haben wir das Thema Schafft Stephen Curry den 30.000er-Klub? Und viele haben gefragt, ja, schafft er das noch vor LeBron, also jünger als LeBron? Und da muss ich jetzt schon von Anfang an sagen, wohl kaum, keine Chance, muss ich ehrlich sagen, weil LeBron James hat letzte Woche, glaube ich, war das, oder vorletzte Woche die 30.000er-Marke geknackt. Steph Curry hat die 14.000er-Marke geknackt letzte Woche und Carmelo Anthony war auch noch dabei. Der hat die 25.000er-Marke geknackt. Jetzt muss man aber sagen, LeBron James hat die, wir gehen jetzt auf das ähnliche Liveau zum Beide vergleichen, LeBron James hat die 15.000er-Marke mit 25 Jahren und 79 Tagen geknackt. Steph Curry hat jetzt die 14.000er-Marke geknackt und das mit 29 Jahren, 10 Monaten und 11 Jahren, also 11 Tagen, sorry. Das heißt also, er hat über vier Jahre länger gebraucht für 14.000 Punkte als LeBron für 15.000 Punkte. Jetzt muss man sagen, LeBron hat natürlich den Vorteil, dass er direkt von der Highschool in die NBA wechselte und daher mit 18 sein NBA-Debüt gab. Steph Curry war der siebte Pick im 2009er-NBA-Draft. Warum ich das sage? Ja, er war nie einer der Top-Prospects in seinem Draft-Jahrgang. Ging, wie gesagt, an der siebten Stelle zu den Warriors, spielte vorher aber noch drei Jahre College-Basketball. Bei Davidson auch eher eine kleinere Schule. Ich glaube, Steph Curry ist da die bekannteste Persönlichkeit, welche aus diesem College kam. Und gab dann also erst mit 21 Jahren sein NBA-Debüt, drei Jahre nach LeBron James, also drei Jahre später als LeBron James. Also, LeBron James macht in seiner Karriere bei 1.107 Starts in 1.108 Spielen, die er absolviert hat. Im Schnitt 27,1 Punkte. Er hat 87 Spiele in seiner gesamten Karriere in der Regular Season verpasst. Dazu kommen 217 Spiele in den Playoffs mit ebenfalls 28,4 Punkten pro Spiel. Also nochmal 1,3 Punkten pro Spiel mehr als in der Regular Season. Bei Steph Curry sieht das ein bisschen anders aus. Er hat bisher in 603 Starts bei 609 Spielen in der Regular Season im Schnitt 23,1 Punkte pro Spiel gemacht. Das heißt, das sind genau vier Punkte weniger pro Partie, als das LeBron James gemacht hat. Und in den Playoffs macht er im Schnitt 26,2 Punkte in 75 Spielen bisher. Rechnen wir das Ganze hoch. Wir haben mal 97 Spiele hat er durch Verletzungen verpasst. 2011, 2012 verpasst er 56 Spiele durch eine Verletzung. 15 Spiele dieses Jahr ebenfalls durch eine Verletzung. Er hat also in 9 Saisons mehr Spiele verpasst als LeBron in 15 Saisons, die er gespielt hat. Also, die Frage ist also nicht, schafft er das mit weniger Jahren als LeBron, diesen 30.000er-Klub. Schafft er das überhaupt? Und das sollte in dieser Folge die Hauptfrage sein. Jetzt habe ich mir überlegt, ich rechne das Ganze mal hoch. Nehmen wir jetzt an, Curry macht weiterhin so starke Punkteschnitte pro Spiel, wie er das jetzt in seinen letzten vier Jahren gemacht hat. Wir nehmen also die Points per Game der letzten vier Saisons. Und die der jetzigen Saison noch dazu. Das wären dann im Schnitt 26,26 Punkte pro Spiel. Für die Playoffs dann ein Schnitt von 26,1 Punkte pro Spiel. Das ist der Durchschnitt, den er bisher in seiner Karriere gemacht hat. Das waren auch in den letzten Jahren. Denn das Team, in das er gekommen ist, das musste sich zuerst aufbauen. Und Steph Curry war nicht der Spieler wie LeBron James, der ein Team gleich zu einem Contender macht. Das hat LeBron James ja bereits in seiner Rookie-Season geschafft. Und von daher müssen wir das auch so berechnen. 26,1 Punkte pro Spiel. Also Steph Curry liegt momentan bei 14.072 Punkten. Der stand nach dem Celtics-Spiel, bei dem er, sagen und wogen, 49 Punkte gescored hat. Die Warriors gelten in diesem Jahr als Final-Favorit. Und wir nehmen jetzt so zu den restlichen Regular-Season-Spiele etwa 20 Playoff-Partien, die realistisch sind. Ich glaube, dass die erste Runde wird es einen Sweep geben. In der zweiten Runde wahrscheinlich dann schon nicht mehr. Und dann in den Conference-Finals wird es dann auch vielleicht 1, 2 Niederlagen geben. Und in den NBA-Finals rechne ich mit sieben Spielen. Wir machen erstmal 20 Partien. Ich glaube, das ist okay so. Wäre er also am Ende der Regular-Season mit diesem Punkteschnitt bei 14.912 Punkten. Und mit den 20 Playoff-Spielen würde er nach der Saison bei 15.434 Punkten stehen. Danach hat Curry neun Saisons gespielt und LeBron wäre dann am Ende seiner 15. Saison. Heißt, Curry hat sechs Jahre, um LeBron James' Karriere hochzurechnen. 12.919 Punkte würde er also im Schnitt, bei diesem Schnitt, den wir haben, und wenn der Schnitt so bleibt, in sechs Saisons machen. Dazu kommen wir zu im Schnitt zwölf Playoff-Spielen. Ich habe das zwölf gemacht, weil die Dubs irgendwann mal auseinanderbrechen. Irgendwann wird einer der Big Four das Team verlassen. Oder es wird ein weiteres Superteam zusammengestellt. Im Westen, Los Angeles, die Gerüchte um die Lakers mit LeBron James und Paul George, die sind nach wie vor nicht abgeflacht. Obwohl sie natürlich jetzt während der Saison ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Aber dennoch muss man sagen, das ist immer noch ein mögliches Szenario. Und das würde bedeuten, er würde in sechs Saisons nochmal 1.879 Punkte in den Playoffs machen. Das würde heißen, in sechs Jahren, wenn Steph Curry 15 NBA-Saisons gespielt hat, würde er auf ca. 28.870 Punkte kommen. Und wäre damit noch eine, sagen wir mal, eine halbe Saison davon entfernt, den 30.000er-Klub zu erreichen. Die Playoffs-Points per Game von Curry sind allerdings sehr tief. Tiefer als die in der Regular Season. Ne, das stimmt nicht. Aber die Punkte sind sehr tief. Man muss sagen, dass Steph Curry in den Playoffs immer ein bisschen nachlässt. Und vor allem jetzt mit Kevin Durant an seiner Seite. Ja, ich empfinde das manchmal so, dass er sich irgendwie nicht getraut, weil er weiß, ey, ich habe noch einen super Scorer neben mir. Noch einen mehr als nur Klay Thompson. Und dann, finde ich, manchmal könnte er mehr abdrücken. Das hat er in dieser Saison zwar ein bisschen verbessert, aber wir werden dann sehen, wie er das in den Playoffs macht. Ob er das wie letztes Jahr macht und sehr viel den Ball auch abgibt oder ob er scort wie jetzt zuletzt gegen die Celtics. Also, LeBron James ist aufgrund seiner damaligen Draft-Situation außer Reichweite wohl für immer und auch für jeden Spieler. Aber Steph Curry hat die besseren Scorer-Qualitäten, meiner Meinung nach. Muss man einfach sagen, auch wenn er die 20.000, 25.000 und 30 Punkte Marke immer später als LeBron erreichen wird. Nicht nur vom Alter, sondern auch vom Punkteschnitt her. Dennoch wird Curry ziemlich sicher, wenn er gesund bleibt und keine größeren Verletzungen hat, die 30.000er Marke irgendwann mal knacken in seiner Saison, in seiner Karriere. Und auf diesen Tag dürfen wir uns freuen, denn Steph Curry ist schon ein übertrieben geiler Scorer. Das muss man sagen. Einer der besten Scorer von der Dreierlinie aus, den es wahrscheinlich in der NBA je gegeben hat. Also, da ist ein Ray Allen dann deutlich hinter Steph Curry, auch wenn das schon fast blasphämie ist, was ich hier sage. Aber Steph Curry gefällt mir einfach mit seiner Art, wie er spielt. Und mit seinem ganzen Touch, mit dem Wurf, die Lockerheit, die er einfach in den Wurf reinstellt, das ist schon überragend. Und da kann man, glaube ich, auch sagen, dass Steph Curry einer der besten Shooter der NBA-Geschichte ist. Und da kann man, glaube ich, auch sagen, dass Steph Curry einer der Bühne ist.